Ja, das ist so ein Teil, das benutzt man immer in Amerika in den coolen Klubs. Das war cool, da geht es dann voll ab. Ja, was lang ist, wie es hier steht? Ja, 40 Zentimeter. What the fuck? Verimpfaltungen wie so eine Chink-Party, oder? Ich bin auf jeden Fall am Start, aber es ist in der Zotage gesehen. In Amerika kommt das, oder? Genau, also in Amerika fallen die bis generell in Kalifornien. Das ist richtig, ja. Absolut, ich bin auf jeden Fall dabei. . trust